Wir sind in Frankfurt schon am Hauptbahnhof, Frankfurt Hauptbahnhof sind wir schon und wir sind in Frankfurt Hauptbahnhof und fahren jetzt noch eine Viertelstunde oder so, oder? Keine Ahnung, die suchen manchmal, Scheiße. Ach guck, sieht der Schneeke aus? Keine Ahnung. Oh, ein Obi. Das ist unser Gepäckwagen. Und jetzt suchen wir uns einen Termin und ich glaube, wir finden es einfach nie. Also ich bin ganz froh, dass wir so früh auf irgendeinen Plan schauen, das würde nicht helfen, aber... Ja, Judith, dann guck halt auf irgendeinen Plan. Sie sagt die ganze Zeit nur, wir sollen auf einen Plan gucken, aber gucken? Nö, ist nicht. Ich finde immer keine. Sau komisch. Hä? Kein Gepäckwagen. Wir müssen unseren Gepäckwagen wieder abgeben. Das zweite Mal heute. Sau behindert. Das ist so großartig. Mach die Sorge. Back photos. Hammer war Ranger, der wird ja STARTig tractions. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir schlafen, wir schauen wahrscheinlich die ganze Nacht Fernsehen. Ja, wir gucken die ganze Nacht Fernsehen. Ich glaube, wir kommen nicht heil an. Hier ist... Oh Gott, die Kamera fängt auch schon früh. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss sie mir auch noch übergeben. Oh mein Gott. Es ist ein bisschen wackelig. Es ist ein bisschen Unwetter, deswegen wackelt es ein bisschen. Wir sehen draußen gar nichts, es ist einfach nur dunkel. Aber... Ist auch Nacht, ne? Der hüpft einem ganz schön... Der hüpft einem ganz schön der Magen, sag ich euch. Oh Gott. Ich hoffe, das wird bald besser. Oh Gott. Hallo Leute. Wir haben jetzt endlich was zu essen bekommen, weil die Judith und ich, wir haben uns am Anfang beide Gedanken gemacht, ob es noch was zu essen gibt, weil wir so spät geflogen sind. Und wir haben jetzt beide das gleiche genommen, und zwar Lachs mit Nudeln und Spinat und keine Ahnung. Also wir glauben, dass das so ein Mix aus Frühstück und Abendessen ist, weil das dann auch irgendwie irgendein Joghurt mit Obst und ich weiß nicht genau, was das da sein soll. Das sind aus wie, keine Ahnung, Wurstscheiben oder so. Ja, und dann kleine Cracker und Tomatendipp und ein kleines Brötchen und was... Das sind aus wie, keine Ahnung. Wir sind in Dubai, wir sind in Dubai. Wir haben mega Druck auf den Dorn. Und wir sind ein bisschen müde. Ich habe gar nicht geschlafen, wieder ein bisschen. Ja. So, wir sind jetzt gut hier in Dubai gelandet und haben uns jetzt erstmal eine große Cola oder... Nee, nicht Cola. Pride. Pride und ich eine Kona geholt bei McDonalds. Jetzt haben wir WLAN gefunden, chillen hier noch kurz und jetzt gehen wir dann noch ein bisschen shoppen. Ich will gerade eigentlich einen neuen Blog-Eintrag hochladen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich brauche da schon eine Viertelstunde für jetzt mittlerweile. Sprachnachrichten gehen auch nicht so gut, aber alles andere geht. Also halt, Vorzeitnachrichten gehen schon. Ja. Also alle lieben von uns, die haben jetzt schon eine Nacht bekommen. Dass wir in Dubai gelandet sind und so. Ja. Wir haben jetzt ungefähr zwei Sekunden zu spät angefangen zu filmen, weil Judith gerade ungefähr... Oh, ich kriege wohl die ganze Zeit, weil ich das so lustig finde. Wir haben eine Frau fast gegen mich gelaufen. Ja. Erst eine Frau fast gegen sie gelaufen. Dann haben wir schon gesagt, dass es mal scheiße wird, wenn Leute nicht auf den Weg gucken, wenn sie laufen. Und dann fällt der Glied und einfach voll der Rucksack runter. Ist mir gerade ein bisschen huschig. Huschig. Was bedeutet Huschig? Ein bisschen frisch. Ein bisschen kalt. Ja, ich denke mal, dass das hier unser Flugzeug sein soll. Wir sind auf den Wegen nach Australien. Judith guckt einen Film, das ist anscheinend ein Schnulzenfilm. Und wir haben jetzt endlich mal Platz getauscht. Das heißt, ich sitze auch mal am Fenster. Jee, voll cool. Guck ich mir gleich mal die Worte ein bisschen an. Du meinst, du bist ja veransam. Ja, ich will dir gerade zeigen. Judith und ich haben uns am Flughafen in Frankfurt Socken gekauft. Achtung! Also, wenn ich mir vorstellen darf, das sind unsere Flugsocken. Ist doch cool. Danke Judith mit kurzer Hose, aber der Sock sieht so geil aus. Wir sind jetzt endlich in Neuseeland angekommen. Wir sind im Hostel. Wir sind im Newton Lodge. Newton Lodge? Ja. Und wir sind beide saumüde. Ich bin gerade beim Essen beide fast reingeschlafen. Ich saß am Essenstisch und es waren immer so tipp, ein Gewicht. Voll lustig. Ist ja einfach vor und über gekickt.